von Destiny... Vielleicht geht's los... Dann los ... But ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, wenn, dann wäre aller maximalistens einer frei, wenn hier der Assimilator nicht kommt, aber der ist ja jetzt auch da. Hat sie ja schon alles geklärt? Ja. Das sind doch alle beisammen. Sind alle? Ja. Jetzt fragen wir mal, guckst du, ich kann das Seminar nicht hören. Hallo? Ja doch, jetzt kann ich noch. Hat der Sky uns gesagt? Nee, lass dir telefonieren. Ah, okay. Henry, dich hör ich auch, ne? Oder? Du hörst mich. Henry? Henry? Oh, nee. Ah, nee. Ah, jetzt. Okay, gut. Ich war aufgeschlagen. Und Lutzi hören wir. Jo. Lutzi hören wir auch. Ich hör mich auch, oder? Warte mal, ja doch. Und der Assimilator, den haben wir auch gehört. Wir, oder? Ja. Auf geht. Das machen wir einfach mal. Weiß, äh, wer, äh, also wisst ihr jetzt alle, wo ihr hinmüsst? Also Sturm und ich ja quasi wieder links, ne? Dann, äh, wer braucht man mit Sky zusammen? Warte, ähm, wer geht jetzt schon schwimmen? Du, äh, Skorpion. Also Fackelschein und Sturm gehen links? Wir gehen links, ja. Und wo gehen Louis und Zestren Sky? Die gehen mittelgeflogen gewesen. Okay. Dann geh ich mit Sky dann rechts. Okay, gut. Dann auf geht's. Sehr gut. Boah, Sonntor ist ja schon der erste Advent, ne? Ja. Ja. Ich muss meinen Schwimmbogen noch rausgraben. Ja. Langsam müsste ich mich auch mal so hinter Sachen hervorholen. Ganz dezent. So ist es. So ist es. So ist es. So ein Schwimmbogen entfängst du, das gehört schon dazu. Der Nachbar hat schon wieder seine kompletten Tonnen gespielt. Ja. Das geht überhaupt so in der Nachbarschaft. Kaum, äh, kaum ist irgendwie Ende November, fangen die alle an, wo ich zu gehen. Ja. 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 Genau. Oh, der ist ja schon wieder so ein Fies. Da ist schon einer her, den hauen wir doch gleich mal weg hier und dann schreckt die da unten in den Rekord Der ist weg So, let's go Oh, oh, jetzt er kriegt ihn wieder Besuch Hattest du schon Raketenwerfer? Was sagst du, schon? Das ist schon Raketenwerfer-Money? Alter, was sagst du hier? Ja, die hatte ich, ich glaube, noch drin gehabt Oh, ich hatte irgendwie drei Schlüssel-Polos oder nicht noch drin Oh, warte mal, wir bekommen Besuch von unten Nein, er hat sich weggefordert, der Schuhe Oh, ich sehe mich das Ach, toll Hau ihn hier raus Was? Komm, bis hin Wieder gefallen Aus Äh, ist gut oder so? Wird gesessen Nein, mach ich Ja, da krieg ich wieder rein Was? Von oben, ne? Von oben, ja Ja, da sind wir bis hin Ah, der liegt bei mir, bei mir Wappern Oben, von oben dann! Ich glaube, ich bin da gefallen. Bär ist gestorben da weg. So, weg immer? Ich glaube schon, ja. Ich bin blau. Ah, scheiße. Achtung, Fänger. Geht euch, ja. So, wir haben es ja vorgarten. Wollen wir jetzt dreimal, äh, kurz in der Nacht holen? Ja. Ja. Ähm, bis auf. Ja, das ist immer so ein Spaß. Ja. Ach, okay. Ja, wir müssen hier, äh, Synthesen zu kaufen. Scheiße. Ja, dann geht doch nochmal schnell hoch. Bis wir werden, weil wir es brauchen. Ja. 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 Ja, das wird schon. Ich mach' bei 37er sind die Höhe, alles Loops. Jo, bis jetzt. Die können nix. Nein, danke. Hm, ich hab' die Kissen gelegt. Äh, das sie zu. Das sind alles Loops. Ja, Loops for the win. Ich hab' Luft bekommen. Ich hab' Luft bekommen. Ich hab' Luft bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bundeszeichen ist. Ich hab' Luft bekommen. Bei mir jetzt. Oh, woh, woh. Wow, fuck, Alter. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, mit Vollgas im Auftrag des Herrn. Ha, 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 ha. Was war denn, wo? Oh, wie geht das denn? da fängt wir machen wieder die linke seite und sich auf den sterben da in aller regelmäßig weiter rechts und ab so warte 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 das gleiche mit Alpha Spinato dann gehe ich in die Mitte mit Cess ach du bist oben das gleiche ist das Mittelsonder oder soll ich nicht hallo also es sind jetzt vier leute auf der rechten Seite ne uns geht jetzt in die Mitte gut ja ich hab das gesehen das heißt du musst in die Mitte ne wir lassen doch da oben Sky ist in der Mitte er schießt von oben runter ach so ja ok das hab ich gesagt der Sky ist mit auf jeden Fall wir könnten dann äh ich bleib mit der hier oben bleiben das hab ich nicht gesehen das hab ich nicht gesehen das hab ich nicht gesehen Aja Aja sieht doch gut aus ah der die Köp mit der hat die 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 Einer kommt zu suchen. Ne, einer, okay. Wow, Mann. Mann, ist gerade noch richtig, Mensch. Ja, Mann. Einer, da wohl. Nein, 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 nein. Ja, ist gut. Du hast mir den größten Sky getötet. Wo sterben alle? Ja, ich wurde... ... von Albana getötet. Ja. Vielleicht sogar Albana und ich sterbe. Ja, das ist... Ja, Fanat-Gag. Alter, von Albana. Wo sterben alle? Nein, ich auch. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Und wer immer... Und jetzt kann ich mich nicht heilen. Das ist keine Heilung. Insofern fangen wir doch mal nachher. Ja, warum? Sky nicht erlebt, oder? Naja, aber... Z-Swift. Sky könnte mich jetzt wiederbeleben. Ja, ja. Wow. 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 Wunder, wunder, wunder. Wunder, wunder, wunder. Wunder, wunder. Die Konflikten sind da. Genau am richtigen Zeitpunkt. Wunder, wunder. Wunder, wunder. Wunder, wunder. Geht da drinnen? Ja, wir stehen da drinnen. Ja, ja, wir stehen da drinnen. Ja, aber... Ja, oder... Einner ist unten. Was ist geiler? Na, jetzt... Wer ist hier mal her? What the fuck? Krass, mit dir... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Jupp. Und noch nahe. Okay. Halt. Ich sterbe. Was denn? Wollt. Wir wurden erwischt. Mal halt mal, ne? Ja, irgendwas geht ja. Und wieder. Und wieder. Ich hab mich gehofft, aber es gibt nichts. Ja, ja. So, dann kommt es mal etwas. Ja. Vielleicht kommt es Du bist Der ist halt Ja, das ist der Gieß Der ist halt Ich hab' ja gesagt, ich hab' ja gesagt Ich hab' ja gesagt, ich hab' ja gesagt Ach, jetzt kommt irgendwie auch die Bälle H4L, oh mein Gott Kommen jetzt die Orakel oder was ist denn? hab ich mich nicht mehr auf und... Ouh Oh oh Feet auf ihr fall Ja, ich muss mir nur die Position Jaaa Das noch? Boah, hab ich noch gemacht? Jaa Der Strom ist jetzt eigentlich wieder da Was haben wir hier los? Ooh Together Roll, Mittler, einen Kompflux verteidigt Was weiß ich los? Dann haben wir jetzt die untere Kontflux verteidigt Da waren wahrscheinlich Zwiebel Mit dem Kompflux verteidigt Oh, ärgerlich Ärgerlich, ärgerlich So Nein Toll Nein Nein Ich habe mir gedacht, dass er nicht beim ersten Mal da durchführt Und jetzt Und jetzt Ein Frau Kass von Kass von Geheh von das sieht ja gut aus bei uns das kriegen wir dann von außen und alles kann direkt das was der zwinkler anliegt genau Oh 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 So Oh 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 Das war's für heute. 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 Ich bin hier nicht ausw корабlen. Hell yeah! Ah! She stopped. Oh, ich hab nichts bewischt. Oh, ich will da ja nicht benutzen Also zwei bei uns waren schon, nur noch das niedere Fackel Richtungs ist da an der Seite Das war nicht Nein Oh, okay Ja, das war schön Jetzt bist du dran Der Beste, da bist du dran Oh Der ist falsch Der soll mal weggehen Wir gehen Oh Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, oder? 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 Jawoll Nein, 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 nein Nein, 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 nein Schuhe Ach, Schuhe Schuhe? Ja, Mann. Hä? Geht schon los? Du hast heute mal gewinnen gezeichnet. Das hat... Oh, Mann, Mann, Mann. Vielleicht müssen wir aber auch schon mal alle umstellen. Das ist halt einfach Mangel. Gibt's auch noch. Dräne! Nachte! 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 Na, Mann! Nachte! Wann kann ich ein nächstes? Was? Mach ich. Verdammt. Verdammt. Wir bräuchten Haltung. Der ist ja schon unten. Ja. Das klingt schnell, ne? Tschüss. Hallo. Ich weiß, dass ich gleich wieder sehe. Ach, geile. Das klingt schnell. Was ist denn? Was ist denn? Jetzt komm ich noch nicht hoch, oder? Ach, Mann. So. Ja, 4 aus. Wirst du den letzten mit der ersten? Ja, ja. Was ist das? Was? Ja, ja. Vielleicht bekomme ich einen Rückweg, ja. Einen Rückweg? Ja. Einen Rückweg? Ja. Wie ist das? Ja. Ja. Wie ist das? Ich bin noch nicht vor. Ich kann die Grenzen ohne an die Gefangenen. Oboh! Ich bin noch nicht vor. Ich bin noch nicht vor, oder? Ah. Ja. Ich kann die Gefangenen. Da seh ich euch doch schon wieder. Da sind auch mal Einschläge hier, die man so hört. Das war ich was. Lutz, ich kriege dich. Ach man, nur daneben gerutscht. Okay, alle da, ne? Ja. Oh fuck, okay, Jo. Dritten Schreiber. Ihr macht die Küche hier einfach auf. Ich dachte, die wär schon wieder da. Ich dachte, die wär letzter. Äh, gar nicht. Du hast mich doch überholt. Das hast du gar nicht mitbekommen, oder was? Du hast doch immer an mir vorbei. Das hab ich doch nicht gut bekommen. Wir haben immer noch Lutz am Schluss gesehen. Der hat sich nur auf mich, der hat sich nur wieder auf mich geguckt. In seiner Mission war es, Lutz einzuholen. Jetzt sind aber alle da, oder? Fackel, bist du da? Ja. Nein, auf dich. Ja. Cool, ich krieg so'n dummen Arm, Ralf. Ich hab nur Energie bekommen. Ich hab noch ein bisschen mehr gesehen. Ich hab Luft bekommen. Komm. Luft, das hab ich auch. Ja. Ja. Hätt ich ja noch mal. Cool, Henry, ich schluck das wieder nur. Ich mein Taf, das wird sich halt nicht mehr für dich ändern, ne? Ja, für mich heute auch nicht. Klar. Ja, dafür nutzen sie halt auch. Okay, komm. Aus dem Schiff geht's gesend für mich. Halt ihr uns Daumenwinder. Daumenwinder, yeah. Einer wurde erwischt und ich bin's nicht. Ja. Haha. Haha. Alles klar. Haha. Ja. Ja. Jetzt gehen wir alle hier. Ja. Jede ist ganz schön. Jaa. Ich kenn die. Das ist das. Ja. Ja, das ist der, der war. äh hat nahegeben schweigen vielleicht hübschen ja das passiert wohl dir auch nicht alter ach ach come on ne ne gehen wir jetzt von hier direkt durch oder keine ahnung dass du es erwischen lassen wir folgen einfach wie das es kommt es kommt jetzt rennt aber wir versuchen einfach rein und hoffen nach 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 Ja Es sah auch gut aus Hast du gedacht, kannst du über ihn springen oder? Wäre schon nötig zu mir Hätt ich mal ein Messer gehabt, dann wäre das kein Problem Hol dein Lassen Fächs das Ding so weit ist aber Hehehe Ja eher Hüter, ja ne? Gut, vielleicht ist der Hüter ein Indianer, oder? Das könnte so Er ist ein Ninja Jetzt einfach fackeln hinterher Der mit der Fahrer, ne? Ja da ist wieder Ja da ist wieder Also zurück, 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 zurück Ja fang gut Das war gut Hehehe Oho 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 Lutz, tanze ich wie gemein Hehehe Ich weiß nicht Hehehe 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 Ich schoss nicht, sagt er Nein Ich schoss nicht Hehehe Der hat gerade alles gesprungen, der wurde erwischt Das war eine hinterhältige Aktion Hehehe Hehehe Der hat dich dann gesehen Hehehe 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 Er denkt man wir würden hier so als Team arbeiten und dann zack Lässt er mich da rein Hehehe Ich stand ja neben dir allein wahrscheinlich Ich war ein Unsichtiger Ja Aber ich war der einzige Sichtbare Hehehe Gehts Was? Feier Planken für freie Bürger Juuu Äh, es klappt nicht so Jetzt kommt eh wieder mein Lieblingspart mit diesem Charakter hier her Einfach durchdrehen und gar nicht einheilen. Ja mit dem Warlock krieg ich das ganz einfach hin, aber mit dem Gitanen ist das so ein Weltenunterschied. Gar nicht, ist der Sprung so unterschiedlich? Ich finde die total anders. Hat der Tierhandel so im Schirm? Also ich hab da gar nichts zu tun. Ja klar, nur ist der hier irgendwie immer so hoch. Flüter gefallen. Komm schon. Flüter gefallen. Das war knapp. Der Wüter war da. Oh ne, ach man. Danke Lutz. Oh da oben liegt einer, warte, 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 warte. Dankeschön. Kein Problem. Nee. Hä? Das war doch mal hier. Klimmt. Ach ja. Hä ist so ein Literal. Und der Sturm. Und der Sturm. Kamen die Granaten noch? Nö. Schade. Schade. Lächerlich. Der liegt da neben mir. Da hinten. Ich. Ich hab den Sprung nicht verliebt. Och Lutz, wer ist denn da stehen geblieben? Wo bleibst du Sturm? Bin oder nix. Hört nur auf meinem passenden Stein. Flüter gefallen. Ja. Genau. Wo liegt der? Ach vor mir. Sturzschein OP. Okay. So jetzt fällt nur noch Sturm. Jetzt. Go Sturm. Go. Go. Nein. Das wird wieder nichts. Oder was? Ich gehe. Oh. Oh. Millimeter neben mir. Hier Lutz. Jetzt. da ist die Granate gewesen. Hast gesehen? Und der Kopf abgeprallt. Du jetzt runter fest. Nö. Nee. Nein. Jetzt schaff ichs ja Lutz. Oh meine Kisten ist wieder da. Jawoll. Stirbt Kisten. Da liegt jemand. Warte guck mal. Ich kann ja jemand wieder besitzen. Den kannst du nicht helfen. Da rutscht immer wieder runter. So. Und Tschüss. Da kannst du nicht hergehen. Das ist doch scheiße. Ich muss mal rurespringen. Jetzt kommt zurück. Na so. Ja. Ist klar. Siehst du den Vorder? Da geht man da so easy durch. Und mit dem Scheiß-Signal klappt da gar nichts. Warte mal. Sturm, warte mal. Ich bin auch noch hier. Achso, du bist auch noch da. Das ist ja gefallen. Wie fühl ich das jetzt? Lutz. Lutz, heile mich. Äh, jetzt lässt ich mich nicht bei dir. Hinde! Das ist jetzt nicht wahr. Muss ich alles noch machen? Ja. Das ist ja verraschend. Egal, komm. So mache ich es jetzt eben. Dann haben wir meine Ulti. Also. Das passiert halt, wenn man meint, man muss in die beiden Tiefen spülen. Jo. Boah, das war aber mega knapp hart. Uff. So, erstmal wieder die Etage höher. Ich werde jetzt nur hoffen, dass das klappt hiermit. Jawoll. Wow. Wicker gefallen. Was ist, äh... Was hat der jetzt? Weiß für eine Leistung. Ist das mit dem, äh... Jäger auch so schwer? So springend? Hm, es geht. Ich denke, das ist Gewöhnungssache. Also ich hatte, wo ich mit dem Jäger hier, äh, durchgerank bin, hab ich auch so meine Schwierigkeiten gehabt. Boah, ich spielte ihn ja... Okay, da hast du tauscht mit dem Spiel. Hm. Okay. Okay. Okay, ich geh wieder nach links. Wieder nach links. Wieder nach links. Ganz. So. So. Yo. Hallo. Moin. Wir wären sonst in die Woche. Okay. Wir mit hinten den Zeug kamen. Jetzt, hinterlangen die Feuer haben. Geht Du weißt, keep going. Es hat wieder geschlaft damit gemacht... Nein. Jetzt sind die Feuer. Ja ja. Ich hab mich doch mal hingestellt. Eigentlich müsste ich loswerden, wenn es nicht mehr soll. Boah. Wann fängst du an? Äh... 3 von Lach. Das wird sich gut, oder? So, äh, wir können übrigens rein, ne? Ach, was? Echtlich? Also, ich mach, äh... Welchen soll ich machen? Ich kann am besten... Ich kann am besten den roten, äh, roten machen. Also den grünen, meine ich. Weil, äh... Weil ich kann den grünen am besten nur machen, aber... Ich geh jetzt nur den roten rein. Wer ist denn mit mir hier? Boah. Ich geh in den roten rein. Ich geh in den roten rein. Hier in den roten rein. Lutz, du lässt mich hier allein? Also... Bist du allein, ey. Ach, ne, da ist ja noch einer. Immer diese Leute, die denken immer gleich, die sind allein, ey. Allein, weil du musst dein Spaß machen. Ja, ja, immer diese Blaschen. Schlimm, schlimm, schlimm. Das Schlimme ist, bloß bei den zwei Toren krieg ich nichts mehr. Ich hab mit meinem Warlock schon Hardrate hier gemacht. Also, krieg ich hier nichts mehr. Ich kann reingehen? Okay. Nein, du kannst reingehen. Ja, gut, muss ich gut aus dem Gehen gehen. Du kannst reingehen, ne? Sag mal kurz bevor du zum Haus noch mal bestellen. Er ist gleich tot. Und ich bin auch so. Ah, ich kann mich nicht wiederbeleben, warum nicht? Ah, scheiße, ich kann mich nicht wiederbeleben. Meine Fähigkeit hat halt nicht drin. Fuck. Fuck. Ja. Scheiße. Du hast noch nicht drin, ne? Ich hab meine Fähigkeit. Ah, okay, einer muss mich wiederbeleben, ey. Halt dich gestern auch. Das ist richtig mies, Mann. Einer muss mich wiederbeleben kurz. Wir brauchen nur noch einen Schuss, ja. Das ist schon hier links. Links, links, links. Der Typ ist so gut wie tot, ey. Ich hab vergessen. Er ist tot. Jetzt. Hau ihn los rum, hau ihn los, ne? Yo, Mann. Ich fange ihm so. Ich kann mich wiederbeleben. Ja. Ich kann mich. Okay, dann halte ich hier die Stellung. Das fliegt ja gefällt. Nee, noch nicht, aber gleich. Ich hol mir grad das Schild. Und jetzt bin ich raus. Zu meiner Mama. Es war die Höhle hier drin. Oh, scheiße. Wollte mich verarschen? Das Tor ist zu. Scheiße. Hä? Ey, warum bin ich blind, Alter? Wie? Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Scheiße, der hat mich rausgeworfen. Hey, hey. Äh, ich bin nicht draußen. Okay, bist du da? Ich bin draußen. Ich seh nix. Jawohl. Ja, und du ergibst dich zum Orakel, weil es schon wieder jemanden, das man gedacht hat, aufs Orakel ist. Oh, ich bin bitte. Das war ja schon wieder so klar. Wieso achtet ihr die darauf, wenn das vorsichtig ist, auf das Orakel? Die dir gefallen. Mal ganz dumme Frage. Ist doch nicht schwer. Also eins hab ich mich oben gerade noch weggehauen. Ich hab noch mal das Trinkendes gesehen, aber wir waren alle schwach. Witzbolde. Ihr seid Witzbolde. Ganz ehrlich. Oh Gott, ich hab noch mehr versucht nur ein Verbrechen. Gott sei Dank, endlich für den Zeitmescher. Aus dem Heartbreak. Oh, ey, wenn ich die endlich nutzen kann ey, richtig. Freue ich mich schon drauf ey. Jetzt habe ich für jeden Demonstrike die passende Waffe. Fast nur Primärwaffe. Guck mal, ich wieder bläden drüben Gott sei Dank. Alter Schwede, bin ich blöd gewesen. Immer dieses Vergessen mit Umschalten, ne? Ja, das ist ja passiert. Hier. Wir sind doch immer scheiße. Um mich stehen. Ja, um mich stehen dort. Nein, nein, der will mir einen auf die Eier geben. Der will einen auf die Eier geben. Der ist in die Mitte geportet, ey. Wir müssen da auf. Jetzt ist er hinten auf der Mitte, wo wir immer unser Schild hinstellen. Ja, tanzt du, du Arsch. Wer von euch hat sich an die Crew? Der ist weg, der ist weg. Der ist weg. Wir haben noch einen Pass. Was war das? Ja, also die, die den Essenz von Unity Season Pass geholt haben, kriegen das Ding ja kostenlos. Ich wollte es mir so oder so eigentlich holen. Aber jetzt werde ich nur noch Prozentig holen. Weil Season Pass von Unity habe, kriege ich ein Spiel umsonst. Darunter auch so. Und nur, wenn du den Season Pass hast. Ja. 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 Also die Crew soll ein sehr gutes Spiel werden. Ja, ich werde es noch mal angucken, was es muss. Ein Rettstiel. Hier kommt ein Mino. Und das ist ja ein gutes Spiel. Kann sein, ich weiß nicht mehr genau. Warum willst du mit Wollenspiel-aspekten? Äh, äh, äh. Also ich werde es nur ein Prozentig holen, weil es war ein sehr, sehr gutes Spiel, ja. Es wird ja zumindest schon ein Release schon rauskommen. Und die hatten es da noch nicht mal fertig. Ein Jahr schon später. Ein Jahr. Ja. Ja, das ist ja sehr gut. Du musst doch, du musst doch, du musst doch, auf alle Fälle irgendwie im Haufen Missionen oder sowas anreden. Bitte verteidigt, ah, diesmal ist total richtig. Das ist geil, du kannst reingehen. Nur zur Hälfte. Also unser steht. So, bei mir ist der Zauberhinter schon zur Hälfte. Und jetzt ist er tot. Wie ist er tot? Genau wie ich. Ist tot, ja? Nicht mehr da, ne. Ich blieb, ich bin wieder zum Leben. Geht mir jetzt weg. Ich bin gleich schon wie aus dem Floor raus. Um zu warten. Lauf, Schnappe! Lauf! Ich lauf jetzt grad nach draußen. Müsst ihr gleich draußen sein. Der kommt schon wieder nach draußen, ja? Ja, komm schon wieder nach draußen, ja? Geht. 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 Da bist du ja schon draußen. Bin draußen. Bin draußen. Ich bin weg. Oh, jetzt kann ich auch wieder was sehen. Hahahaha. Bitte. Komm schon. Ich bin nicht blind da hingelaufen. Scheiße, bei mir ist die Super noch nicht mehr voll, ey. Egal. Hau ich mich so in die Presse. menschen. Oh, ich weiß nicht. Ich bin nicht blind. Ich bin nicht blind. Alles kurz. Das kann man auf! Hey, ich bin jetzt wieder in den Porto rein geschossen. Was? Nein! Oh Scheiße! Verdammt ey! Ich war eh grad im Portal drin! Scheiße! Und jetzt bin ich blind! Ich bin blind! Hahahaha! Toll! Richtig geil! Egal, mach dich! Oh Käppchen, blöd! Die Lese! Bitte ich dich fort! Nein! Ich kann das Relikt nicht nehmen! Ich bin blind! Oh Diggi! Und der wird... Keine Ahnung, ich kann nichts sehen! Meine Barsche ist die Lese! Ich lauf einfach den Schildträger daher! Da ist der Schildträger! Hahahaha! Keine Ahnung, ich seh nix! Ach'n geil! Danke! Und wieso hast du die Dinger nicht geschossen?! Wieso habt ihr die Orakel nicht geschossen?! Wieso habt ihr die Orakel nicht geschossen?! Wir waren einfach für beide Tobe auf! Das macht... Äh... Wie soll ich das denn machen mit dem fucking Schild? Wie, wir waren nur zu zweit drin? Wir waren nur zu zweit drin! Oh, was war denn das denn schon wieder? Wir haben ja... Na gut, jetzt seh ich ja wieder was! Also ist jetzt kein Problem! So... Ach ja, die können uns... Die können uns ja alle heute wieder hören! Ja, wie schön! Wie schön! Alter Schwede, was für'n Pech ich hab'n, ey! Zum Kotzen! Oh, gut, egal! Ich hab'n... Oh... Willkommen, willkommen bei Loop Raids! Hahahaha! Loop Raid GmbH! Genau, sollten wir ihn Kleiner nennen sollen, ne? Hahahaha! Loop Raid GmbH! Willkommen! Ich nicht! Er war schuld! Oh, das war nicht so tot! Er ist in Rot! Rot, sehr schön! Oh... Oh, das war schon ein... Oh... 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 Wie kann man das denn? Wird wir verpassen? Nehmt ein, Herr... Hier... Ja, ich bin so... Jaaa... Sturm ist tot! Sturm bist du besoffen?! Sturm bist du besoffen!? Nein, noch! Jaaa... Ich würde die Snipers... Mache die Ordnung, der Freude! Wie ist der gefallen? Wie ist der gefallen? Ich bin ja selber... Ich hab mich für's Team gehoffert! Wieso sterben ihr alle da drinnen?! Super! Dafür leben die anderen beiden Ich hab' meine schömen Ja, wir sind für sie schon in die advance verloren Wieso sterbt ihr da drin? Das Rote ist doch eines der leichtesten keine ahnung ich hatte also ganz ehrlich ist wenn ihr nicht weit mit dem schild umgehen könnten ich habe den hardware jetzt schon so oft gemacht ich kenne mich jetzt schon damit auf hier funktioniert ja du mich auch du mich auch Nee! Achso, am Sonnabend. Am Sonnabend bin ich so gut. Der enthält, egal. Nee, egal, echt. Was? Mach die ohne. Mach die ohne, was? Nö. Deine Rastung? Deine Rastung? Gibt's jetzt. Du musst jetzt mal die Mündung abziehen. Vielleicht wäre doch tragisch. Warte, bleib bitte mal hier stehen. So. Raus. Warte raus. Halt doch nicht immer. Scheiße! Ey, was macht ihr denn hier? Ja. Ich will immer aufhalten. Hinscht denn da? Was soll denn das machen? Hier, sag ich. Ja, okay. Ich würde ja abgehen, äh, davon abhalten. Och, nee, 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 nee. Ich will nicht glücklich sein. Dankeschön, danke. Wir sind gerade erst gekommen. Gut. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 5... 3, 2, 1... Wohl! Das ist grün. Sturz! Das ist ja jemand! Da geht's ja jemand! Die hat mich rein! Äh! Wie gesagt, der hat volle Energie! Was war das denn? Ich muss den grad zweimal töten! Kein Problem. Ich muss den grad zweimal töten im Minutau. Komm her! Welches seid ihr? Alter, was macht das für ein Scheiß? Wir müssen uns auch zweimal töten. Ja, das ist normal. 5, 4, 4... Springt da aber gleich, ne? Ich spring doch! Eeeegg! Fuck. So, dann ballert mal auf den Archeon drauf Und machen die verdient dieses je. Baller, baller. Balla, 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 Balla. Balla hat sich abzuholen lassen. Oh. 5, 4, 3, 4, 1, Schild! Macht einer mal ein Schild, ein Titan? Seid ihr besoffen? Wir sind grün. Wir haben Schild. Alles klar. Alles klar. Zur Wichtigkeit. Nein! Ey, sie sind verfinkend. Wo ist es doch lächerlich. Wir sind alle draußen tot gewesen. Wir haben uns in die Luft gejagt. Was hast du gemacht, Skyter? Ich hab auf die Scheiß Brotage gehabt. Das ist nicht geöffnet. Ich hab auf die Scheiß Brotage gehabt. Das ist nicht geöffnet. Mann, ist der besoffen. Der kann doch jemand treffen. Oh, besoffen? Scheiße, ich hätte mal einer eigentlich noch einen einlassen können. Ich bin green. Halb in die Scheiß Brotage. Und dann... Grünen... Nice. Ich bin ein Punkt schneller. Wir nehmen noch einen Punkt schneller aus. Ja? Nein? Nein, nein, nein! 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 Ich kann schon durch, ich kann schon durch. Eigentlich war der Schild sehr klein, aber ok. Ich dachte, ich bin ein Geduschen. Ja, los, ruhig. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lass doch alles still, sonst geht ihr weg. Keine Ahnung, was ich war. Keine Ahnung, was ich war. Na, Vorsicht, Hobbies. Da sind grün, ne? Nein! Da ist wieder Hüter gefeilt. Autsch, voll. Alle Albanen. Albanen. Oh, wir haben zu. Da ist noch mal vor. Ja, ist klar. Hackel, was schoss du? Ja, ich bin doch schon dabei. Ich weiß nicht, ich bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Ok, wir kommen durch. Rechts, oben. Wo ist der Schild? Wo ist der Schild? Mach noch mal keinen. Wir haben keinen. Ich bin tot. Ey, was soll denn das denn? Ey. Ey, wir sind... Ich hab nix mehr gesehen. Ich hab nix gesehen und konnte trotzdem in die Mitte springen. Und der Schildträger spricht in den Tod. Was? Wer war Schildträger? Wer hatte das denn? Wer war Schildträger? Ey, ich will ihn erschießen. Ich war schon in der Mitte. Also für so ne Dämlichkeit, ey. Das tut schon weh. Nutz, 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 nutz. Wir stehen in der Mitte. Der Schildträger steht irgendwo, aber nicht bei uns. Ich versteh nicht, warum der Schildträger nicht da war. Warum war der Schildträger nicht da? Ich denke mal, der bestimmt im Portal hänggeblieben. Und wenn du dann rausgehst, dann wirst du erst mal ne gute Mist. Und dann springt der Schildträger auch noch in den Tod. Was sind das denn für ne Logik? Ja. Das war das Sahnehäumchen. Das I-Tüpfelchen. Das war das Mürfsche Gesetz. Wisst ihr, wenn was schief geht? Oder was schief gehen kann, wird schief gehen. Grün. Okay. Warum machst du das? Der ist schon rot. Der hat sich gehalten, ich glaube. Wieder. Ich hatte es denn. Wieder gefallen. Ja, wo wollen wir schauen? Jetzt bin ich so gut. Ja, hier. Da kommt mein Klauble aus dem Brotfall. Ich gucke durch. Ja, hier kommt. Ähm. Da krieg ich die Sündung. Geht einfach nicht aus. Seid ihr Psychos? Oh. Fuck, du. Ja, das sieht nicht gut aus. Nein. Äh. Das ist gleich nicht normal, ehrlich. Ach ja. Ich bin jetzt einfach mal blind rein. Ja. Sieben. Sechs. Fünf. Dier. Drei. Zwei. Ein. Die Tarnschild. Ihr wisst, ich bin nicht dabei. Mama. Gibt's nicht. Der ist nicht dabei, sagt er. Wie du gerade gesagt. Oh, da habt ihr etwas auch. Oh nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Steh. Ja, danke. Hüter gefallen. Hüter gefallen. Hüter gefallen. Oh shit. Hör ab jetzt. Ganz normal. Ja, das ist das, wenn man die andere Seite, wenn man grün, äh, wenn das grüne Portal auch gemacht werden soll, auf der rote Seite, dann geht noch was weg. Dann grenzt du dann voll in die Arme rein. So, durch. Los, los, los. Hüter gefallen. 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 Hier links. Komm dann, nimm mal her. Wow. Der hat genau geschossen, als ich da in der Mitte war, ey. Gerade war der Schildträger gekommen, hat mich gerettet, ey. Du Deutsch gesagt, ey. Feiner, blätter, ey. Ich wäre das im Gegens. Jaaa. Wäre schön, wenn man runterziehen würde. Nein. 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 Also, fisch. Rot. Ja. Ich bin hier. Rot, pass auf hier, ist alles voller Harpbeeren auf der unten Seite. Nein, ich hab nicht mehr ab. Kein Problem, ich warte hier. Nein. Ich stehe doch oben auf dem Sockel. Ich bin und sterbe nicht. Ich hab grad zum ganzen Tag gebildet. Hallo, können wir mal reinkommen? Danke. Danke. Du bist hier, oder? Jo. Dankeschön. Ai, 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 ai. Jetzt mach den. Alle in der Mitte. Ja. 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 Schon wieder. So, willkommen beim Studio 2. Leider haben wir den Raid gerade beendet. Es ging jetzt natürlich. Wir haben den Raid gerade beendet. Alter, wir können doch nicht alle wieder fahren. Die hört nicht. Das weißt du, ne? Die hört nicht. Hahaha. Hahaha. Ich weiß. Hahaha. 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 Alter. Alter. Spiegel. Sauber, Lutz. Du bist doch nicht mehr ganz dicht, ey. Hahaha. 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 Alter Schwede, ey. Hahaha. Hahaha. Oh Mann, ey. Das ist bei mir. Ja, das glaub ich dir. So machst du dir echt Freunde los. Oh Mann, ich mach Freude, ey. Hahaha. 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 Oh mein Gott, ey. 90 Aszendenten-Energien. Na toll, was soll ich damit anfangen? Ihn Arsch schieben. Verschenken mir geben. Na, ich kann damit nix anfangen mit den Dingern. Ich glaub, wir schrotten sie bald. Na, wir sind fertig. Was nun? Jetzt können wir zurück zum Orbit. Ja, sag mal. Abblüsen, oder? Ey, habt doch vielleicht Bock, ein bisschen, äh, äh, zu, äh, zu 6, äh, Geistblütenfarm gehen. Zu 6 Geistblütenfarm gehen. Hast du nicht? Nee, ich hätte jetzt eigentlich noch, äh, Bock den, den Dämmerungszweig zu machen. Ja, das will ich bestimmt gucken, Geistkampf haben. Ach stimmt, ich muss ja noch einkaufen. Stimmt ja gut, dass mich dran erinnert. Dann haben wir noch einen Schritt. Nein, die muss ich nie einkaufen, ey. Ich hab keinen Bock einkaufen zu gehen. Ah, ich hab irgendwie doch Bock einkaufen zu gehen. Nein, ich hab keinen Bock einkaufen zu gehen. Nein, ich hab keinen Bock einkaufen zu gehen. Nein, ich muss mal nachgucken, ob ich überhaupt noch genug Geld da hab. Also, wer macht jetzt alles mit beim Dämmerungszweig? Wenn er kommt, dann schreien wir hier. Also, ich auf jeden Fall. So, mal gucken, wie Geld hab ich jetzt noch. Was, du machst jetzt schon Schluss? Ich weiß Schluss. Mit was machst du Schluss? Mit deinem Leben? Alles geil. Du's nicht. Geht raus. Und alle Zuschauere Sky, Sky hat ein Schiff rumgespringen. Wer ihn unterstützt, ich will. Ja, du mich auch los. so ich glaube ich werde gleich mal so ja da können wir ja können wir ja eigentlich das problem immer diese sackgesichter aber naja jetzt mein papa und ich glaube ich gleich aber erst mal schauen nee danke ich würde normalerweise in redheim anziehen aber da ich überhaupt kein intellekt mehr wenn ich hier verdammt auch meine das stimmt ja ich bin ja noch eine party drin dafür geht nein geil bleibt im spiel jetzt hab kein bock drauf ich bin ja das ist fertig das ist fertig das ist fertig ich hab nichts mehr zu tun scheiße okay das heißt charakter wechsel willkommen beim stream rate ist leider gerade zu ende gerade geht es weiter mit bounties wollte ich doch noch assassin's green unity wieder stream naja ist ein bisschen spät wahrscheinlich bedeutet nochmal hat red gemacht so was kann mich alles töten noch kann man genügt das wird nur am schnellsten glaube ich machen zuerst der einfachste methode im mond fertig zu machen wir haben den mond aufgegeben um die schar von der erde fernzuhalten wir hofften das würde genügen die schar von der erde fernzuhalten wir haben die schnitzte und die fertig macht scheiße ich kenne da vorne ein gefallener hübsch Lass mich raten. Ich bin rausgeflogen. Doch nicht. Ein Wunder ist geschehen. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Da wo du bist. Wo ist sein Geist? Scheißding. Drecksteil. Mistkräuter. Sei egal. Warum? Ja, danke. Ich meine diese Müdigkeit. Mit Ruhe und die Müdigkeit. Ich schmeiß mir meine Sorgen über Bord. Wir gehen besser auf Abstand. Da fällt mir gerade was ein. Auch die Plätze. Fertig. Feuer. Ciao. WDR mediagroup GmbH-1 Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Ich könnte auch das jetzt nehmen. Ich kann es nicht trennen. weg Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Sie darf uns nicht trennen. Sie darf uns nicht trennen. Gut, da steh ich schon weg. Die brauchen mich zu töten. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Auf die Kette, werde ich los. Die Scharbe und die Scharbe und die Scharbe und die Scharbe. Dann ist es auf Wiedersehen. Ja. So, wir sind weiter. Wartig, ob man fertig ist. Okay. Dann muss ich erstmal Waffen wechseln. Scheiße. Waffen wechseln. Auch was? Eigentlich nochmal. Ach ja, Vision der Konfluenz. Jetzt weiß ich wieder. Ja. Hat ich nicht irgendwo irgendwelche Dinge dafür, wo ich schneller libeln kann? Nee. Scheiße. Ich dachte, ich hätte welche. Egal. Zehn Gefallene. Patrouillemission. Und Archiv. Achiv. 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 Muss ich Level 20 nehmen. Level 12 ist nicht mein Checkpoint für die letzten Part der Mission. Damit ich den platt machen kann, wenn ich ihn auch für Ruhe brauch. Wer lustig wäre jetzt noch in 20 Minuten alle Bonds fertig. Dann lache ich mich tot. Okay. Also die täglich. Die Fenster sind wahrscheinlich nicht fertig. Das Ischdaar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv. Dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. So, jetzt mal gleich mal Pastanti. Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Ach ne, das meine ich lieber nicht. Sieht ein bisschen lächerlich aus. Ja. Supon. Ich liebe es von den Spannen. Sieht irgendwie geil aus. Ein Links- und Rechtsschere sieht auch cool aus. Ich liebe es. Dann mal los. Na toll. Die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst. Oh, Toma. Ja, du. Kann ich das nicht. So, was muss ich jetzt nicht machen? Was ist Gefallene? Mist. MIST! Ich Idiot. Ich hätte gleich da bleiben können und ein paar Gefallene umdrehen können. Aber egal. Dann gehe ich jetzt auf den Mond und bringe dort ein paar Idioten um. Kann auch nicht lange dauern. Da ist eigentlich nur Patrou... Scheiße! Patrouille auf dem Kosmodrom muss ich machen. Ich voll Posten, ey. Total verschaut, ey. Kosmodrom dann schnell hin. Na gut, Kosmodrom, Gefallene Elite. Da gibt's dort ein Gefallene Eliten. Da gibt's Schalliten. Da muss ich mal schauen, wo ich dich machen kann. Ich muss wirklich schnell, lange dauern. Und danke an die, die gefollowed haben. Neue Follower. Das ist gut. Das ist sehr gut. Morgen geht's weiter hier mit Assassin's Creed Unity. Okay, du gibst den Ton an. Wie immer. Ich glaube, der fehlt mir noch was ein. Wer geht auf Beutezug für die neue Monarchie? Wer sich mit uns anlegt, wird es bereuen. Fressionsparameter verschlüsselt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Naja, okay. Gibt mir auch nicht. Es ist kein Weltuntergang. Jetzt ist kein Weltuntergang. Das ist gut. Ah, Boxen und Schneider, ich glaube. Das sind 15 Minuten, die ich einkaufe, wenn ich bis dahin fertig bin, okay, dann Pesche. Dann werde ich Stream erst mal kurz rennen und dann werde ich nur auf Boundstream schneiden. Wir haben in diesem Gebiet eine Anomalie entdeckt. Der Kriegskult der Zukunft bezahlt für die Aufklärung. Das ist ein Sprechgelebnis, das ist ein Sprechgelebnis. Komm her, ich kann es versuchen. Verdammt! Wollte ich auch noch mal... Wollte Zeit vergessen. Wollte tiefere Weibungen gegen den Träumen. Es war ja die Reise, heute Abend. Alles sicher, los weiter. Oh ja, klar. Okay, Hüter, ich brauche euch hier. Euer Geist gibt euch die Details. Go! Hm. Ach, das ist dort. Scheiße, ich dachte, das war. Egal. Oh! Oh, danke. Oh, das bin ich auch nicht. Ich sage, Kate, dass alles erledigt ist. Das, 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 dann geht das da an. Da sind nämlich auch gefallene Eliten. Jetzt fällt mir nicht wieder ein, hier sind meistens zwei gefallenen Eliten. Meine Fresse, wieso fällt mir das so spät ein? Töten kann. Scheiße. Er ist zwei gefallenen Eliten hier immerhin. Scheiße. Egal, dann bringt die Interview noch einmal. Der Krieg ist der einzige Konstante, Hüther. Gehe ein verschlüsseltes Hilfebesuch für dieses Gebiet. Der Krieg ist der Krieg. so dann gehen wir weiter hin, schnell weiter töten Tja, das war recht eindeutig. Ich gebe dem Turm Bescheid. Den müssen wir noch machen. Ich glaube drei Stück, ne? Oh, zwei Stück. Perfekt. Ich tue immer nach, ob hier noch mal ein paar Lieden sind, damit die Lied noch mal schnell platt. Schade, keine Leute. Mist. Egal, dann weiß ich, wo ich hingehe. So, wenn ich das jetzt ran bin, wo ich denke, wo ich denke. Oh, schade, nicht da. Hüter. Wir untersuchen hier in der Nähe etwas Duples. Für eure Geist. Ich wusste, dass das dort hier ist. Ein Dorf sinken. Ich weiß nicht, ob ich die kleine Karte habe. Ja, das ist das. Damit die ihn besser erschienen kann. Ja, das ist das. Das ist das. Ja, 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 da ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja. Ja, ja. Das da und das bin ich fertig gemacht. Ich hab den auch nicht gefallen. Wir bezahlen für zahlreiche Dinge die ihr an diesem Ort einsammeln könnt. Und wir feuern mal einen runter. Da waren mal Link. Okay, alles gut. So, dann geh ich mal schnell woanders hin. Ich weiß nicht wo noch Eliten erscheinen, aber das ist auf der Venus. Dann bin ich auch schon fertig mit dem Baum, die es vom zweiten. Zumindest die, die ich jetzt machen will. Dann muss ich noch den Jäger machen und dann bin ich den Jäger fertig habe. Keine Arbeit, dann machen. Super. Geile Idee. Genau, Farben wollte ich ja. Stimmt, da jetzt weiß ich es wieder. Gut, dass ich mich dran erinnern habe. Danke. So, was muss er denn so sammeln? Was muss er denn so sammeln? Geistblüte. Oh, Perfekto Mundo, ey. Das ist wie Faust aufs Auge. Da fahre ich mal ein paar andere Leute hier, ob sie Bock haben zu sechster Geistblüten zu farmen. Wenn nicht, dann ja, dann scheiß Treff. Man ist sowieso nur einmal im Jahr. Gut, mal sehen, was wir finden können. Das sieht irgendwie cool aus mit dem Hand. Ich weiß genau, das ist mein Hand. Das ist mein Hand. Ich bin nicht das gerade. Oh. 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 Wieso bin ich auf Stärke? Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ja, so bin ich nur auf das. Jetzt weiß ich es wieder. Na ja, kann ich mich jetzt schon an die Rüstung gewöhnen. So sehe ich dann nicht standardmäßig aus. Und Blinkschäle! Rechts! Oh, schade. Und Rechtschäle! Jetzt brauchen wir ein bisschen Degasen. Yeah, baby! So, hier sind die Blütene. Ah Gott! So, dahinten. Sieger immer schießen. Nein, der schießt nicht. Der schießt nicht. So, wo ist der nächste Blüte? Irgendwann ist hier dran, oder? Kommt die Pasta! Kommt die Pasta! Kommt die Pasta! Hier, Arschloch. Oh, die haben Töte geforscht hier. Was ist das denn hier? Ne, gleich mal einer an. 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 An alle Hüter. Der Feind rückt immer näher. Stellung halten. Kodierte Übertragung folgt. Ha! Das ist die beste Stelle, wo man hier am besten die Bounty machen kann mit den Eliten. Wir kommen beim streamen außer denen. Ich merke es mal, ich gerade nur Bounty. Wäre das leider schon zu Ende. Das hat ihn sicher den Tag vermisst. Ich informiere die Stadt. Oh, ich hab noch drei Minuten, ich hab nur nicht fertig sein. Scheiße, Zeitplan hinter Zieh-Unkel. Ach, perfekt. Einen noch killen, dann ist ja kein Problem. Guck, guck. Ist. Er ist nicht gestorben. Okay. War ja klar. Das ist super. Deck dir die Hüten mal. So, und damit habe ich schon die Bounty ist schon wieder so gut wie alle fertig, außer die, 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 die. Also, täglichen Dinger. Die Schneider sind nicht schnell fertig gemacht.